Und so brecht ihr auf. Ein weiteres Mal in Richtung Relas. Der Horizont stürzt euch entgegen, die Schwerkraft wird mehr und mehr und die Flügel vom Thunderbird glühen heiß und kräftig auf. Wenn ihr nach unten steigt, direkt am Nordpol, könnt ihr sehen, wie ein gewaltiger Turm immer weiter und weiter anwächst und euch der Versammlung entgegenträgt. Seid wachsam, Brüder. Ich möchte nicht, dass ein weiteres Mal unvorbereitet in einen Hinterhalt laufen. Wäre unsere Fist hier, würde sie sicher diese Festung, die die Krone doch ist, bewundern und irgendwas sehen, was wir nicht sehen. Das ist eine Perspektive, die uns fehlt. Das stimmt, aber wir werden Aufzeichnungen machen, damit er sie sich später angucken kann. Das ist sicher, Bruder. Je länger ich in der Death Watch bin, desto mehr weiß ich die verschiedenen Orden, Zusammenarbeiten zu schätzen. Schade, dass die unten das nicht so sehen. Oder nicht sehen können. Noch nicht. Vielleicht vermisst du sogar den Space Wolf ein bisschen. Oh, das hast du jetzt gesagt. Das habe ich nie gesagt, würde ich sagen. Ja, so könnt ihr an der Krone anlanden. Selbst eine gewaltige Metropole, die dann in die Höhe gewachsen ist, aus Stein und aus Granit in mehrere Bereiche zu unterteilen, könnt ihr dann im oberen Teil der Krone im Gegensatz zum Massiv oder in den Tiefen in der Domäne des Granitfürsten landen. Hier, wo das Administratum wohl große Teile für sich ehemals beansprucht hat, könnt ihr am Landefeld noch einige Blutspuren erkennen, die wohl aber von Servitoren weggeräumt worden sind. Ihr könnt hier als Empfangskomitee tatsächlich einen von den großen Dreadnoughts erkennen, der hier mit den Siegeln der Iron Hands auf euch wartet. Ihr könnt gewaltige Maschinenkanonen erkennen, die an seinen beiden Armen angebracht worden sind und auch den Namen, den er trägt. Jutlund, der ehrwürdige Cybot Jutlund, der euch scheint anzublicken. Es ist ein erhebendes Gefühl, wenn ihr vor einer so uralten Maschine steht. Die Iron Hands sowieso fast mehr Maschine als Mensch, aber gerade wenn ihr dann auf seine Runen und Ehrenabzeichen seht, sein ehrwürdiges Alter erkennt und seine Taten, die ihm in die Seiten eingebrannt worden sind. Ihr könnt wohl noch so ein bisschen rauschen durch seinen Lautsprecher hören, was vielleicht so etwas wie eine Begrüßung sein kann. Endlich wieder zurück im Kampf! Er ist sicherlich jemand, der nicht von der Alpha Legion ersetzt werden könnte und auch jemand, der seinen Helm nicht abnehmen kann unter seinem gewaltigen Sarkophag, der da aus massiven Metallen dort vor euch auffragt. Ja, wir marschieren wie auf dem Exerziersplatz vor diesem ehrwürdigen Dreadnought und salutieren. Ihr ehrt uns ehrwürdiger mit eurem Empfang. Der Glaube besteht ewig. Ja, er scheint wohl so ein bisschen mit dem Sarkophag nach vorne und nach hinten wieder zu nicken, also so eine Verbeugung anzudeuten und brummelt oder rauscht ein bisschen was durch seinen Lautsprecher, was so eine Art kratziges Lachen sein könnte. Ich schaue mich um, sehe ich hier irgendwo die Apothekari, nach denen ich gefragt habe? Bisher noch nicht. Nur weitere Servitoren, die Leichen vom Landefeld runterschieben, die dann irgendwann runterklatschen. Ja, der Granieturm selbst eben, wie gesagt, gewaltig hoch und die restlichen Verräter, die euch oder die Ironhands dann hier empfangen haben, die dann nur noch eine Blutspur hinterlassen. Der Rest dann, wie gesagt, von den Leichen, der dann runterklatscht nach und nach. Ansonsten, neben Jutlund ist kein weiteres Empfangskomitee da. Du kannst aber sehen, dass an der anderen Seite, das ist wohl nicht die Administratumsseite, sondern die Seite von Mechanicus, da kannst du sehen, wie weitere Flieger von den Ironhands ebenso landen und aussteigen. Wo dann die Salamanders runtergekommen sind oder noch runterkommen werden und auch die Whitescars, weißt du nicht. Die Makropole ist groß, aber ihr habt eine Koordinate bekommen, die wohl irgendwo in der Mitte zu sein scheint, wo ihr euch dann treffen wollt. Macht der Dreadnought irgendwelche Anstalten in die Mitte zu gehen oder? Nee, der bleibt hier und scheint diese Stelle zu bewachen. Ah, okay. Also er ist auch, seine Maschinenkanonen sind im Leerlauf, die haben sicherlich auch vor einiger Zeit viel, viel gefeuert, aber hier an dieser Stelle liegen keine großen Munitionsüberreste, sodass, wo auch immer er gekämpft hat, das ist schon irgendwo anders und ja, nach und nach kühlen natürlich dann auch irgendwann die Läufer ab. Nun, dann würde ich sagen, salutieren wir und begeben uns Richtung Treffpunkt. Gut. Okay. Ja, dann könnt ihr in einer großen Halle auf die anderen treffen, die entweder schon dort sind oder aber nachkommen, wenn ihr dann irgendwann dazu stoßt. Anwesend sind alle drei Orden, die White Scars, angeführt von Akutai, Bruder Carly mit Captain Tibias und ein paar anderen Salamanders und der Kommandant Felros. Selbst viele, viele Ersatzteile und nicht nur den, den einen Arm, den er sich mit einem, mit einem eisernen Arm ersetzt hat, sondern eben auch noch viele andere Teile, die bei ihm ausgetauscht worden sind und auch andere Bioniken bei den anderen Iron Hands, die ihr erkennen könnt, unter anderem Cyber Bino oder aber Teile des Gesichts, die dann nachgerüstet worden sind. So, dass ihr dann hier eine illustre Versammlung habt von grob 20 Marines, die dann hier in diesem großen Saal zusammengekommen sind und dann nach und nach die Helme abgezogen werden. Hier bildet natürlich so eine kleine Ausnahme, ihr seid aktuell, ich muss mal gerade gucken, 1, 2, 3 schwarze Marines, Bruder Cray, Octavius und Gabriel und an eurer Seite dann Carly in grün und blau. Ja, also wir ziehen natürlich auch unsere Helme ab zur Begrüßung und wir, also ich sag vorher, bevor wir unsere Helme abziehen, schaut euch aufmerksam um, ob ihr Anzeichen der Verderbnis seht bei unseren Brüdern. Aber nicht zu offensichtlich, bitte. Wir wollen sie nicht beleidigen. So, verstanden. Ich habe währenddessen wahrscheinlich wohl einen Kanal ausgemacht, wo ich mich dann mit dem anderen Apothekari verständige und währenddessen sende ich über den Kanal Brüder, wenn die mich verstehen. Okay, dann hast du zwei Salamanders, die sich dann nach und nach verbunden haben und die dann wohl bestätigen, zu blinken. Sergeant Coburn anwesend. Sergeant Ken anwesend. Gut. Wie viele der Gen-Saat überwacht momentan noch wahre Monitoren? Zumindest von uns Salamanders sind alle eingeloggt. Und ihr habt gezählt? Jeder der Anwesenden ist von euch überprüft, analysiert und ihr habt die der entsprechenden Daten auf euren Diagnosehelme erhalten? Hm, ja. Die Ironhands müssten wir noch darum bitten und auch die Whitescars. Die Ironhands selbst haben nur Maschinenpriester. Gut. Das reicht erstmal als Information. Ich wünsche von euch Brüdern, dass ihr noch einmal nach vorne tretet, dass ich euch von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Ich stehe beim Death Squad. Bruder Graebrill over. Denn das habe ich ja Octavius versprochen, dass ich die einmal unter Betracht sehe, die Apothekari. Denn die sind ja diejenigen, die die anderen überprüfen. Das ist natürlich clever, ja. Und die werden so entsprechend selbst nicht überprüft. Das ist natürlich clever. Währenddessen die anderen. Äh, Cray, hast du irgendwas vor? Ja, ich würde mal eine taktische Analyse von dem Raum machen. Wenn ich hier angreifen würde, von wo aus? Wie soll ich diese Fragen stellen? Ja, ihr steht gerade unten in der Mitte des Raumes. Es gibt eine große Tür, die natürlich wie alles andere gewaltig groß ist und einen großen Balkon. Ebenso mit einer großen doppelflügeligen Tür. Ihr steht jetzt gerade unten. Und es gibt noch nach links und nach rechts Abzweigungen zu Büroräumen oder so etwas in der Art, die natürlich ebenso wie alles gewaltig groß ist. Aber auch da findest du tote Winkel und Möglichkeiten für Hinterhalte. Hier wurde auch schon gekämpft. Das ist wohl ehemaliges Blut von Verrätern menschlicher Art. Und die sind aber auch alle weggeräumt von irgendwelchen Servitoren. Aber hier wurde gekämpft. Und hier wird man eine ganze Menge an Optionen haben, um tote Winkel zu nutzen und hier gegen euch zu kämpfen. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Eine andere Option wären mal die Aufnahmen von, wo die White Scars, die Iron Hands reingekommen sind, anzuschauen. Und mal mit den Aufnahmen von dem ersten Treffen mit ihnen zu vergleichen. Bewegen die sich mit der gewohnten Präzision oder... Oh, das ist auch gut. Irgendwas Verdächtiges. Stimmt. Du hast ja auch die White Scars analysiert. Dass einer vielleicht, keine Ahnung, einen Dreißigstel-Herz-Schlag hinter dem anderen hier herläuft. Ich überlege gerade, ist das Spurenlesen? Ist es nicht? Forschender Blick. Aufmerksamkeit. Forschender Blick ist das Wahrnehmung, beziehungsweise wenn du erlernte Sachen dazu hast, dann ist das Forschender Blick. Octavius, möchtest du irgendwas tun? Ja, also ich möchte auch meine Blicke über die Versammelten schweifen lassen und eigentlich mich mehr auf die Gesichter konzentrieren, ob ich dort in den Gesichtern Anzeichen von Verderbnis finde. Manchmal äußert sich das ja in so angedeuteten Hörnchen oder irgendwelchen, keine Ahnung, vielleicht Chaos-Tätowierungen oder sowas. Ja, wenn er so einen achtsackigen Stern auf der Stirn hat. Wenn Cray einen Schicksalspunkt benutzen möchte, kann er das natürlich jetzt tun, ne? Ja, das würde ich gerade fragen. Kann ich damit ein Schicksalspunkt irgendwie Re-Ro? Ja, ja, klar. Dafür sind sie da. Dann benutze ich das genau jetzt. Drei. Oh. Aha. Dann fallen dir tatsächlich... Bei den White Scars kannst du es abschätzen, weil du die schon gesehen hast. Es sind nicht alle White Scars anwesend. Du weißt auch nicht mehr, wie viele es gibt. Aber die fallen zwei White Scars auf, die sich nicht so zackig oder ruckartig würdest du nicht sagen, aber die zu entspannt da stehen. Es ist ganz schwierig zu deuten. Selbst wenn die White Scars stehen, scheinen sie immer in Bewegung zu sein. Diese beiden nicht. Und Octavius kann dann immer auf die abgenommenen Helme blicken. Soll ich mal auf Aufmerksamkeit würfeln? Gib mir mal Aufmerksamkeit, ja? Warum nicht? Währenddessen wird Bruder Kalei mal den Sturmseher von deinen White Scars auf einem eigenen Boxkanal anfunken. Oder zumindest anpingen. So. Ja. Ich bin da, ich bin auch Skriptor. Wir sollten vielleicht reden. Mit einer Eins fällt mir vielleicht irgendwas auf. Mit einer Eins fällt dir was auf? Ist das so ein bisschen kritischer Erfolg? Ja, ja. Das sind fünf Erfallsgrade bei mir. Das kommt dazu. Zusätzlich zum Crit. Dir fallen bei den auf, bei den abgesetzten Helmen, fallen dir bei den Iron Hands vor allem auf, dass wohl auch dort zwei, drei Leute über sehr wenig Narben verfügen. Generell nicht nur im Gesicht wenig Narben, sondern auch wenig Verzeiberungen, die offensichtlich sind. Also drei Iron Hands, die fast jungfräulich aussehen. Glattgeschorene Haare, also auch dort wenig zur Identifikation, was dabei trägt. Ähm, drei Stück. Mein Name ist Namoral. Ich bin kein Skriptor. Ich bin ein Sturmseher. Überzeiht dir. Es war nicht ums Beleidigung gedacht. Wir sollten in diesem Raum hinein spüren, ob wir das Chaos spüren können. Etwas, eine Warp-Energie, die nicht von uns stammt. Ich habe nun bereits gehört, dass ihr Andotungen gemacht habt. Wenn wir mit dem Chaos in Kontakt waren, sollte man es spüren. Du siehst, wie wohl einer der White Scars, das ist wohl der, mit dem du die Verbindung aufgebaut hast, kniet sich kurz ab, holt aus seinem Gürtel eine große Anzahl von Runensteinchen, kleine Knüchelchen und so etwas, und wirft sie dann vor sich auf den Boden. Dann blickt er zu euch, nickt und blickt sich dann weiter unter dem Raum um. Und dann kannst du ein Klicken hören von sieben und dann ein weiteres acht. Währenddessen, Gabriel, du kannst mal auf, das ist Medizin, ne? Gabriel darf auf Medizin würfeln. Du bekommst zumindest zwei Salamander-Codes rübergeschoben. Ja, das sind auch ein paar Erfolge. Ich habe mein Wert fast halbiert. Ich habe meinen gelungen. Ja. Dir fällt auf, beide Insignien der Apothekari, die dir rübergeschoben werden, analysierst du. Tastest kurz drüber. Es gänzt ihre Werte. Beide sind unauffällig. Aber das Problem ist, beide sind gleich. Also sie haben nicht nur die gleiche Gen-Saat, sondern alles an ihren Genen sind gleich. Was sagt mir mein Milit-Dienerschafts-Fachwissen dazu? Ist das irgendwie möglich? Also wenn Klone sind wohl A. verboten und B. Ist das Tech-Heresie? Du gehst aber nicht davon aus, dass das Klone sind. Das ist bei Space Marines sowieso fast nicht möglich. Also es ist nicht möglich, Space Marines zu klonen. Du gehst einfach davon aus, dass der Maschinencode, der dir von dem einen zugeschoben wurde, ist kopiert. Das ist eine Kopie von dem des anderen. Das ist sehr viel wahrscheinlicher. Und habe ich von jeweils beiden separat die Dateien bekommen oder hat der mir einer beide Dateien gesendet? Du hast beide separat bekommen. Du weißt jetzt, also beide sind gleich, du weißt nicht, welche von wem es ist. Dann wechsle ich auf den Deathwatch-internen-Box. Unsere Befürchtungen haben sich als wahr. Da wir die Helme abgesetzt haben, weiß ich nicht, ob das gerade funktioniert, Gabriel. Oh, ja, du weißt nicht. Ja, nur die nur die Apothekarien haben die auf. Genau. Also es könnte sein, dass wir auch noch Ohrstöpsel haben dazu, aber das weiß ich jetzt nicht. Das ist eine Meisterentscheidung. Also von meiner Seite aus könnt ihr auch Ohrstöpsel haben. Warum nicht? Das ist jetzt nicht die allzu höchste Tech-Level. Ja, also wenn das ist, dann würde ich nämlich auch weitergeben, dass ich drei Verdächtige bei den Iron Hands identifiziert habe. Das war über als Gas und zurück. Bei den Salamanders können wir uns nicht sicher sein. Einer der Apothekari ist komprimitiert, das heißt einen ganzen Datensatz, ein ganzer Datensatz, den ich bekommen habe. Das ist übel. Im besten Fall ist es wirklich nur ein Apothekari. Aber das ist nicht, auf was wir uns verlassen sollten. Wenn es beide Apothekari sind, dann sind es auch alles Salamanders. Oh. Ja, Gedanken, die Gabriel durch den Kopf gehen. Bruder. Bruder, setzt eure Helme auf. Ja, setzt eure Helme auf und wir markieren alle Verdächtigen in unseren Helmsystemen, so wie jeder weiß. Frosty, gibst du eine Modifikation auf das Warp-Gespür? Da musst du mir mal sagen, was das alles macht und kann. Also, Warp-Gespür mit der Fähigkeit, Psy-Gespür oder Warp-Gespür, kann man die Störung und den Wirbel des Warps wahrnehmen. Der Charakter kann die Fertigkeit nutzen, um die Anwesenheit von Dämonen und den Einsatz von Psy-Kräften wahrzunehmen. Mit dieser Fähigkeit kann man außerdem psionische Phänomene, Störungen oder Veränderungen wahrnehmen. Und es gibt eine Richtlinie, die sagt normalerweise was für Erfolgsgrade man mit, also eine Tabelle mit Erfolgsgrade. Genau, ein ganz normaler Standarderfolg wäre, ob es die über, ob es hier irgendeine Störung des Immateriums gibt. Ja, dann würfel mal deinen W100. Habe ich, ich habe 49, aber ich habe leider nur Wahrnehmung 40 und da noch keine weiteren Prozente rein investiert. Okay. Ich bin momentan neun Punkte drüber. Ja, neun Punkte drüber. Möchtest du noch zusätzlich einen Schicksalspunkt ausgeben, um neu zu würfeln? Also du bekommst Informationen, wäre jetzt natürlich die Frage, ob du noch mehr Informationen haben möchtest. Schicksalspunkte, handhabst du die wie in deinen anderen Runden, dass du das bessere Ergebnis behältst oder einfach das Neue? Das Neue. Also deine aktuellen Informationen sind, deine aktuellen Informationen sind, ja, es ist Warp-Energie anwesend, es fühlt sich so ein bisschen an, wie eine Singularität, die bald ausbrechen wird. Wow. Ja, ich werde also auf jeden Fall den Chip benutzen. Gucken wir mal. Ja, es kann nur schlimmer werden wie immer. Ja, das ist schlimmer geworden, dann hast du keine weiteren Informationen. Sprich, du weißt, hier stimmt etwas ganz, ganz, auf gar keinen Fall. Und, ja, das, was dir der Sturmseher gesagt hatte, war ja, eine Acht, das Achtfache Klicken. Das heißt, er hat acht Leute laut seinen Runen identifiziert. Er weiß nicht, wer es ist, aber es sind acht. Wie weit stehen wir voneinander entfernt? Wir könnten nebeneinander stehen. Auch du hast dann den Zugang zu dem Netz bekommen, weil du ja aktuell für die Deathwatch operierst, auch wenn du nicht in Schwarz bist. Genau. Dann werde ich jetzt nämlich, ähm, die Kurzstrecken-Telepathie nutzen, zu dem Sturmseher. Wie weit bin ich von dem entfernt? Unter 20 Meter? Äh, ja, sagen wir 20 Meter. Gut, weil dann kann ich das, äh, kann ich die Kraft gedämpft kanalisieren, um keinerlei Nebeneffekte zu riskieren. Und das werde ich tun. Damit überfläche Willenskraft plus 5 pro effektiven Psi-Wert. Das ist in meinem Fall, weil es gedämpft ist durch 2. Also, 2. Das ist geschafft mit Volle 10 Punkte sind Erfolgsgrade, ne? Oder wie funktioniert das mit den Erfolgsgraden? Genau. Volle 10 Punkte ist ein Erfolgsgrad. Genau. Also gut, die Erfolgsgrade spielt theoretisch keine Rolle, aber falls du Erschwernisse geben willst, ich bin gut drunter. Und dann werde ich, ähm, auf diese Weise telepathisch Kontakt mit dem Sturmseher aufnehmen. Verzeiht mir diese Art der Kommunikation. Aber zeigt mir, zeigt mir die Ebenen von Chogoris, um sicher zu gehen. Also du möchtest jetzt, dass er telepathisch dir seine Heimat zeigt? Genau. Gut. Also in der Botschaft Telepathie ist ja nie einfach nur Worte oder Bilder, sondern schwingt auch mit, dass er das gleiche im Gegenzug erwarten kann. Ja, alles klar. Dann wirst du tatsächlich nach einigen Augenblicken wirst du dann sehen, wie du auf einem gewaltigen grünen Grasmeer hin und her reitest, auf großen, du weißt nicht, was es ist, das sind Reittiere, es sind gewaltige Reittiere, der Horizont ist einfach nicht zu sehen, es ist nur noch Gras, worüber du läufst und schwebst und reitest und du spürst diese Freiheit. Über dir kreist ein Vogel und kreischt vor Freude. Genau, dann werde ich ihm die vielleicht etwas verstörendere Variante zeigen, ich zeige ihm die die brennenden Ebenen von Nocturne mit Lavaflüssen und im Moment, wie Bruder Kalai seinen ersten Lava-Salamander erschlagen hat, mit einem wuchtigen Hieb eines rituellen dafür gefertigten Hammers, und im Hintergrund Berge, die die Magma spucken und den schwarz dunklen Mond und Meteus am Himmel. Und dann sein Astralkörper gibt deinem Astralkörper die Hand, ihr schlagt gemeinsam ein und er nickt dir nur einmal still zu mit seiner richtigen Gestalt. Genau. Ich habe gespürt, dass etwas kommt. Ich bin etwas Großes. Ich bin kein Seher, aber das konnte sogar ich wahrnehmen. Also das sagt Bruder Kalai sowohl im Geiste zu dem Sturmseher als auch über das Vox zu seinen Kollegen. Ja, während ihr euch sowieso gerade alle miteinander unterhaltet, über die verschiedenen Kanäle, könnt ihr auch erkennen, wie die Kommandanten bereits ihre Ansprachen gegenüber angehalten haben. Man möchte Entschädigungen haben, Reparationszahlungen, ja, dass das Feuer, was wohl geschossen wurde. Da gab es unabhängig davon, dass jetzt Verräter anwesend sind, sind die Taktiken, die gewählt worden sind, auf gar keinen Fall so zu genehmigen gewesen. Gerade Tibia ist beschuldigt die White Scars, die White Scars beschuldigen die Salamanders und die Ironhands beschuldigen die anderen beiden, sodass, während ihr euch unterhaltet, da schon die Kommandanten in einem Ton sich unterhalten, der eigentlich nicht angemessen dafür ist, dass es eine Friedensverhandlung sein soll.